Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine Neuzugänge aus dem März 2020 an. Und es ist ja doch irgendwie ein sehr komischer Monat gewesen, der sehr geprägt war und wahrscheinlich wird uns ja dieses Corona auch noch weiterhin prägen. Aber insbesondere, ja, weil natürlich die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist, die ja sonst immer im März gewesen wäre. Dennoch sind genügend Bücher bei mir eingezogen und ich habe insgesamt 17 Neuzugänge. Ein bisschen Schuld hat auch eine Rebuy-Bestellung, die ich ja noch gemacht habe, bevor alles so extrem eskaliert ist, insofern man von Eskalation sprechen kann, außer von meinen Neuzugängen. Und auch ein Buch, was jetzt nicht zu den 17 zählt, ist als, ja, Nicht-Sub-Buch bei mir eingezogen, beziehungsweise habe ich das E-Book eben auf dem Sub und zähle ja kein Buch doppelt. Es sind elf echte Bücher bei mir eingezogen, nur zwei E-Books. Das hat mich total erschüttert, wenn ich ehrlich bin. Und vier Hörbücher. Eigentlich möchte ich ja immer so ein bisschen versuchen, 50-50 zu sein mit dem Echten und dem Digitalen. Ich werde mir das jetzt für den April sehr, sehr vornehmen. Aber es sind, ja, alleine bei Rebuy, ich glaube, fünf oder sechs Bücher eingezogen und auch das ein oder andere Rezensionsexemplar. Und ich habe ja dann auch noch gehamstert, so kurz bevor dann auch die Ausgangsbeschränkungen kamen. Aber, ja, okay, 17 Bücher. Ja, ja, ich habe keine Ausrede, außer dass Bücher hamstern, ich glaube, noch das Vernünftigste ist, was man hamstern könnte. Und, ja, Bücher sollen auf gar keinen Fall ausgehen. Aber gut, ja, wir starten mit dem ersten Buch, was als Hörbuch bei mir eingezogen ist, und zwar Happy Ever After, wo das Glück zu Hause ist von Jenny Colgan, habe ich als Hörbuch gehört, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte von Jenny Colgan schon die Bäckerei am Strandweg super gefunden. Ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Ich habe auch mit dem Restaurant am Meer irgendwas angefangen. Die fand ich nicht ganz so gut. Wo das Glück zu Hause ist, hat mich aber doch sehr angesprochen, weil wir hier eine etwas, ja, sehr Bücherverliebte haben, die in einer Bibliothek arbeitet. Die wird geschlossen. Und, ja, sie sich dann im Grunde mit einem Lieferwagen, ja, selbstständig macht und eben Bücher den Menschen nahe bringen möchte. Und ich habe mich hier ganz bewusst auch für das Hörbuch entschieden, weil ich solche Wohlfühlgeschichten, ja, am liebsten tatsächlich auch höre und mir das hier eben auch direkt Spaß gemacht hat. Dann habe ich auch den ersten Band von Corinna Bohmann als Hörbuch mir geholt, und zwar die Farben der Schönheit. Damit habe ich, ja, jetzt im Grunde ganz aktuell auch angefangen. Werde euch da also in der übernächsten Bücherwoche was erzählen, also zumindest dann im April auf jeden Fall gehört. Ich mochte von Corinna Bohmann ja die Frauen vom Löwenhof super gerne und fand es hier sehr faszinierend, dass wir einer jungen Frau, Sophia, von Berlin nach Paris folgen. Ich glaube 1900 und ein paar 20, wenn ich mich nicht irre. und sie da bei Helena Rubenstein irgendwie vielleicht ihr Glück findet, also mit der Kosmetik. Und ich fand das Thema super spannend. Wie hat es überhaupt angefangen mit der Kosmetik? Was hat man sich dabei vielleicht gedacht? Zudem sind wir in Paris, was ich auch super faszinierend finde, auch gerade zu dieser doch, ja, etwas glamouröseren Zeit. Und, ja, fand da das Thema einfach super spannend. Und da auch das für mich ein Genre ist, ja, was so ein bisschen in eine historische, leichte Saga sozusagen geht, ja, habe ich mich hier auch wieder fürs Hören entschieden und freue mich da sehr. Ich weiß, dass jetzt im Mai auch schon der zweite Band erscheint und ich glaube dann im August der dritte, wenn ich mich jetzt vom Zeitfenster nicht täusche und finde es schön, dass so alle zwei, drei Monate dann der nächste Band kommt und man das dann hintereinander auch, ja, genießen kann und nicht zu viel davon, ja, im Grunde irgendwie verloren geht. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen Priest of Bones von Peter McLean und das Buch habe ich Anfang März gefühlt überall gesehen. Also auf allen möglichen Bookstagram-Accounts, auf Blogs, auf Facebook, Instagram, überall. Und es hat mich sehr angesprochen, diese Düsternis, die dieses Buch verspricht. Und ja, ich musste es mir dann im Grunde einfach holen, als es dann bei NetGalley, das ist ja so ein Rezensionsexemplar-Portal von Verlagen oder für Verlage, wo man eben E-Books anfragen kann als Blogger-Booktuber und ja, war hier super dankbar, als ich es bekommen habe und habe es mir jetzt auch ganz fest für den April vorgenommen, weil ich glaube, dass so komisch es klingt, so etwas Düsteres durchaus auch einfach einen einsaugen kann und einen da eben einfach aus der echten Welt so ein bisschen rauszieht. Ja, bin ich sehr neugierig. Dann die Rebuy-Bestellung. Hierzu hatte ich euch ein Unpacking gemacht. Ich packe euch das auch einfach mal unten in die Infobox, weil ich werde jetzt zu den Büchern nicht ganz so viel sagen, wie beim Unpacking. Gestartet mit wie Tage, nein, Tage wie Salz und Zucker von Shari Stetak hat mich angefixt von die liebe Sarah-Sophie. Die hat davon so schön geschwärmt, dass man hier zwei ganz unterschiedliche Frauenfiguren hat, die sich irgendwie, ja, gar nicht ähnlich sind, aber sich irgendwie ergänzen und dass das so eine ganz besondere Freundschaft sein soll. Und mich hat tatsächlich Cover angesprochen, die Worte, die Sarah dazu gefunden hat und deswegen wurde es dann einfach gebraucht mitgekauft. Dann ist eingezogen Die schönste und die traurigste aller Nächte von Mauricio Gomide. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Habe ich ein paar Mal in den Buchhandlungen und ja, auch auf verschiedenen Seiten ist mir das immer mal entgegengesprungen. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich mir das vielleicht tatsächlich als Buch hole zum Hören. Ist, glaube ich, mein erstes Buch eines, ich habe schon überdrängt, war er Portugiese? Ja, aus dem brasilianischen Portugiesisch. Ich glaube, mein erster Brasilianer? Ich weiß gar nicht, war Paolo Coelho? Ist der nicht auch Brasilianer? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, da geht es ja um eine Liebe, die stärker ist als die Zeit. Und ja, es klingt nach einer ganz bezaubernden Geschichte und auf die habe ich ganz bald Lust. Und ich habe Ende April ja auch eine Woche frei und vielleicht ist das wirklich was, um so meinen Tag total ins Lesen einzutauchen. Das ist von Ralf Bauer ein Yoga-Buch von ihm für mich eingezogen. Das hat keinen Sinn gemacht. Yoga unterwegs zu mir. Ich mag die beiden DVDs, die es von Ralf Bauer gibt. Mit seinem Yoga-Programm mache ich auch gefühlt nach 20 Jahren immer noch super gerne. Und ich mag es einfach, wie er auch diese Philosophie des Yoga und Buddhismus ja so in die Welt bringt und mag sehr viele Dokumentationen über ihn, von ihm. Ich mag das unglaublich gerne, wenn er über Dinge spricht. Und hier bin ich sehr gespannt, was er uns zu Yoga erzählen hat und eben auch zu dem Weg zu ihm. Es sind auch Übungen mit drin. Ja, bin ich sehr gespannt. Muss ich mich einfach mal in einer ruhigen Stunde damit tatsächlich auch befassen. Dann sind zwei Diogenes-Bücher bei mir eingezogen. Zum einen sieben Leben. Katzengeschichten, die bleiben. Das habe ich ganz aktuell beendet. Und ja, da sind Kurzgeschichten zu Katzen drin. Zum Beispiel auch von Donna Leon und Liatie Pisani, aber auch ganz viele andere Autorinnen. Doris Lessing, Tim Krohn, Ingrid Noll, ja, wen man so ein bisschen kennt, Petra Hartlieb, James Bowen, ja, Benedikt Wurz und unter anderem auch David Mitchie, der ja für die Katze des Daila Lama verantwortlich ist. Und dann auch, wow, Hundestories. Die habe ich beide, ich glaube, in irgendeiner Flow gesehen oder war es in der Hücke. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und die durften für, ich glaube, 5,50 und 6 Euro, also knapp zur Hälfte des Preises, ich glaube, die kosten im Original 10, durften die bei mir einziehen. Und auch hier haben wir Hundegeschichten, auch Kurzgeschichten von Kafka, von Ingrid Noll, Paul Auster, Simon Gomery, die, wem kennt man vielleicht noch ein bisschen, Truman Capote, ja, auch ganz viele möchte ich auch in kurzester Zeit dann demnächst anfangen zu lesen. Und ja, bin auch auf die Hundekurzgeschichten gespannt. Dann ist das nächste Hörbuch eingezogen, das ist Aufgetaut von David Saphir. Das ist ein neuer Roman, in dem wir einen Zeitsprung von über 30.000 Jahren machen und ja, dort im Grunde eine Frau kennenlernen, die ja da schon Gleichberechtigung möchte, die ihr Glück sucht und die es hofft, auf der Mammutjagd zu finden. Über sie dann im Grunde die Eiszeit hereinbricht und über 30.000 Jahre später wird sie auf einem Schiff wiederentdeckt, eingefrorenen Eis zusammen mit einem Mammut. Und Felix, der jetzt diese Schiffsreise macht, ist dabei, ja, eine App fürs Glücklichsein der Menschen, ja, zu planen, zu herzustellen, wenn man das von der App so sagen kann. Und da treffen so ein bisschen Welten und auch Zeiten aufeinander, aber tatsächlich mit sehr viel Witz und ja, auch wieder so ein bisschen dieser Philosophie, die ich bei Saphir immer ganz gern mag. Es war ein gutes Buch, es hat mich unterhalten, es gehört aber nicht zu meinen Favoritenbüchern von David Saphir. Dazu hat so ein bisschen Nähe gefehlt und dass man mitgerissen wurde. Es war dahingehend doch ein bisschen distanziert, was ich sehr schade fand, aber es war ein sehr gutes Hörbuch, was mir Spaß gemacht hat und von der Synchronstimme von Buffy, Sarah Michelle Gellar oder auch Claire Danes oder auch Drew Barrymore gesprochen wurde, ja, was mir einfach immer Spaß macht. Dann ist als Rezensionshörbuch bei mir eingezogen Gestohlene Erinnerung von Blake Rouch. Mir hat ja im letzten Jahr, oder war schon im vorletzten Jahr, Dark Matter von Blake Rouch sehr, sehr gut gefallen. Und als ich hier den Klappentext gelesen habe, war ich auch sehr angesprochen. Denn es geht tatsächlich darum, wenn eben Erinnerungen irgendwo gespeichert sind und ja, ausgetauscht werden können. Und ich mag es, solche Zukunftsszenarien erzählt zu bekommen, auch wenn wir uns vielleicht gerade selbst so fühlen, wie wenn wir irgendwie in der postapokalyptischen Welt wären, möchte ich trotzdem so ein bisschen Science Fiction weiterhin gerne lesen. Und ja, da mir eben Dark Matter gut gefallen hat, habe ich dieses Buch auch auf die Wunschliste gepackt und war total happy, als ich es dann vom Verlag auch als Hörbuch bekommen habe. Als Hörbuch deswegen, weil es von David Nathan, soweit ich mich erinnere, gesprochen wird und ich den ja auch sehr, sehr gerne mag. Am Freitag der eigentlichen Buchmesse, also am Freitag, den 13., wo schon so ein bisschen im Raum stand, dass es in Deutschland irgendwie vielleicht demnächst so zugehen könnte wie in Österreich, denn da sind gerade die Grenzen zugemacht worden und auch die Ausgangsbeschränkungen. Und da bin ich am Freitag noch in die Innenstadt und dachte, das Einzige, was du brauchst, ist, ja, Gerald von Rieber. Und so bin ich in den Thalia. Ich war übrigens ganz allein in diesem Thalia und es war wirklich mega gruselig. Ich habe es, glaube ich, in der Bücherwoche auch erzählt. Ich bin da wirklich rein und bin einen relativ weiten Weg schon in dieser Thalia gekommen, bis dann endlich die Verkäuferin kam und ich dann auch so gedacht habe, was ist denn hier los? Und dann hat sie gesagt, ja, man merkt natürlich, dass die Leute jetzt nicht unbedingt in den Einzelhandel gehen, wenn sie Notfallkäufe oder sowas machen. Und ja, da hat es ja auch tatsächlich nicht lange gebraucht. Und die unwichtigeren Geschäfte, wie man es betiteln möchte, hatten dann geschlossen. Aber ich musste noch hamstern. Zwar dann doch nicht direkt weitergelesen, weil ich da, glaube ich, noch im Dritten steckte. Aber ich habe mir den vierten Band, der Hexer Saga, geholt, der Schwalbenturm von Sapkowski. Und ich habe mir auch den letzten Teil geholt, hoch die Dame am See. Ja, habe ich mir beide mitgenommen. Und einfach, weil ich möchte die Reihe definitiv in diesem Format weiterlesen. Ich werde nicht aufs E-Book umsteigen. Ich überlege, ob ich hier vielleicht tatsächlich auch mal zum Hörbuch greife, weil auch von den Hörbüchern immer sehr geschwärmt wird. Und ja, ich vielleicht darauf dann tatsächlich auch Lust hätte. Und bei dem Bälzer, also der letzte hat ja tatsächlich knapp 630 Seiten. Das, glaube ich, auch tatsächlich dann der dickste. Und ja, dass die von hinten so eine wunderschöne, ja, Amulett dann ergeben, kann ich gar nicht lange genug schwärmen. Eine Reihe, die ich sehr liebe. Ich habe die zwei Vorgeschichten, die Kurzgeschichtenbände gelesen. Ich habe jetzt drei Bände gelesen. Ich habe jetzt noch diese beiden. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen Kurzgeschichtenband, der aber nur eine Geschichte von Geralt erzählt und den Rest, glaube ich, nur aus dem Universum ist. Aber ja, musste mit und musste auch eben einfach sozusagen gehamstert werden. Und ich freue mich da sehr drauf. Dann habe ich bei einer Leserunde von Lovely Books gewonnen Zweite Chance auf Finish von Christina Lagon. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Und wir treffen in diesem ersten Teil den Rockstar Alec, der ja so ein bisschen unberühmt sozusagen in Deutschland in einem Krankenhaus auf Lilly trifft, die gerade ihre Oma dort besucht, da die eine Herzattacke hatte. Und ja, beide begegnen sich und begegnen sich dann auch nochmal auf der Fähre nach Finnland. Und ja, Lilly geht da auf die Suche nach der früheren großen Liebe ihrer Oma und weiß tatsächlich gar nicht, dass Alec eine Berühmtheit, ein Rockstar in Finnland ist. Und ja, es pendelt sich so ein bisschen was zwischen den beiden ein. Es gibt ein bisschen Geknister. Und ja, es ist so ein bisschen Erwachsenerist. New Eddle, das ist natürlich auch so eine Rockstar-Geschichte und spielt in Finnland. Was ich total lustig fand, war ich tatsächlich auch parallel da noch eine andere Geschichte von Murakami gelesen habe, die ja tatsächlich auch dann irgendwie so einen kleinen Teil in Finnland spielte. Und ich dachte, was will mir diese Geschichten sagen? Aber ja, hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe immer manchmal, also ich habe sehr häufig in dieser Art Romane meine Probleme mit der weiblichen Protagonistin. Ja, das sind manchmal Frauen, wo ich mich frage, gibt es diese Frauen wirklich? Aber ja, dazu dann auf jeden Fall mehr am Wochenende in der Bücherwoche. Dann ist, ja, auch als Rezensionsexemplar, habe ich mich sehr gefreut vom Intel Verlag. Der Sommer, in dem Einstein verschwand, bei mir eingezogen von Marie Hermansen. Eine Leseempfehlung von der lieben Kerstin Merkel, die ja auch schon auf meinem Kanal vor kurzem war. Und es soll auf jeden Fall auch demnächst nochmal ein Hangout geben, wo wir den Rest unserer Agenda durchgehen. Ich packe euch den Hangout auch einfach mal in die Infobox, wenn ihr da Lust habt, vorbeizuschauen. Und ja, sie hat so geschwärmt und als sie es beendet hat, hat sie mir direkt damals eine WhatsApp geschrieben. Steffi, das ist ein Buch für dich. Ich freue mich wirklich sehr, denn die Autorin soll eine begnadete Erzählerin sein und wir sind im Sommer 1923 und Einstein ist auf dem Weg nach Göteborg, um ich glaube tatsächlich sein, Nobelpreis zu bekommen. Und ja, wir sind hier in Göteborg der 1920er Jahre und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, das auf jeden Fall auch ganz bald dann zu lesen. Dann, ja, ist der neue Redwood Band bei mir eingezogen. Redwood Dreams, es beginnt mit einem Knistern von Kelly Moran. Da gab es ja jetzt Band 4 und 5, wenn man so möchte. Redwood Love war ja letztes Jahr absolut gehypt und jetzt, da ging es ja um die drei Brüder, die Tierärzte sind und Band 4 und 5 dreht sich dann ja um andere männliche, ja, Charaktere in diesem kleinen Redwood. Im vierten Teil hatten wir, glaube ich, den Feuerwehrmann, genau, und hier haben wir den Sheriff der kleinen Stadt, Parker Maloney und was mir sehr gut bei Kelly Moran gefällt, ist, dass wir die Geschichten sehr häufig zu einem Großteil aus dem männlichen Blick, ja, im Grunde, ja, erfahren, wir da auch einfach mal so eine ganz andere Seite haben, auch sprachlich ist, einfach mal ein bisschen anders war. Mir hat ja Band 1 mega gefallen, Band 2 fand ich auch richtig, richtig schön, Band 3 war gefühlt so ein bisschen der schwächste, Band 4 mochte ich wieder super gerne, was wohl auch einfach an dem Feuerwehrmann lag und ich lese jetzt dann demnächst ganz aktuell, wenn ich heute dazu komme, ja, mit der lieben Becky auch den fünften Band, deswegen sind hier auch schon Einteilungen drin und da freue ich mich jetzt auch richtig, richtig drauf, ja, das dann zu lesen und gemeinsam zu lesen und uns da auszutauschen und mit Becky habe ich ja nächste Woche auch einen Hangout, also wenn ihr da Lust habt, am Donnerstag, ja, vielleicht sprechen wir da dann doch schon auch so ein bisschen über dieses Buch, weil wir es gerade auch gelesen haben. Ich glaube auch, dass der vierte Teil in diesem Jahr erschienen ist, also können wir vielleicht ein bisschen schwärmen über unsere gemeinsame Lesezeit. Dann, ja, liegen jetzt noch zwei Bücher hier. Das sind auch die letzten richtigen Neuzugänge, die sind, glaube ich, tatsächlich auch erst am Samstag bei mir eingezogen und zwar sind das zwei Bücher, die jetzt am 1. oder 2. April erscheinen und die ich vom Verlag auch liebenswürdigerweise vom Knau Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Alle Bücher findet ihr im Übrigen natürlich unten in der Infobox, wenn ihr da mehr Infos wollt, schaut da gerne mal vorbei und, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch ein paar mehr Infos holen. Und zwar ist bei mir eingezogen von Casey McQuiston, ich hoffe, wir sprechen sie so aus, Royal Blue, wahre Liebe ist nicht immer diplomatisch und das hat schon im englischsprachigen Raum so ein bisschen für Schwärmereien gesorgt. Die liebe Ruth hat da auch schon vor einiger Zeit drüber geschwärmt. Im Original ist das Cover tatsächlich eigentlich hellblau. Ich weiß gar nicht, ob... Also ich verstehe tatsächlich nicht, warum wir es jetzt im Deutschen in rosa bekommen. Es ist leider nicht abgebildet. Im Original ist das hellblau, was ich irgendwie schöner fand. Ich weiß jetzt nicht, warum wir das in rosa gepackt haben. Vielleicht hat da jemand eine Erklärung für. Es sieht auch so ein bisschen anders aus, wobei ich glaube, dass die Charaktere so gezeigt wurden. Aber, ja. Also wir haben hier einen Prinzen aus England, wenn ich mich recht erfinde. Ich weiß gar nicht, ob er der Thronfolger war. Ja, Prinz Henry, der in die USA fliegt, warum auch immer, und dort auf den Sohn der ersten US-Präsidentin trifft. Und beide können sich eigentlich überhaupt nicht leiden und müssen dann aber, um diplomatische Verbindungen nicht zu gefährden, erstmal so tun, als wären sie doch befreundet. Und dann scheint es wohl auch zwischen den beiden zu knistern. Finde ich eine total spannende Idee, tatsächlich so etwas Alteingesessenes wie, ja, im Grunde so was wie wie König, wie diese ganze Thronfolger, wie, ja, dieses ganze royale Adlige zu vermischen mit der Politik der Zeit, die ja dann auch wieder mit einer, ja, Präsidentin der USA, ja, unfassbar, ja, modern und anders wäre. Das einfach zu mischen und diese beiden Grundfesten eigentlich dadurch durcheinander zu bringen, dass sich da eben zwei verlieben. Und, ja, ich bin mega gespannt, ich freue mich sehr drauf und hoffe, dass, ja, mir die Geschichte gefallen wird, auch wenn sie mir tatsächlich im Blau, glaube ich, besser gefallen hätte. Aber, ja, man soll ja ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen. Ich frage mich tatsächlich einfach nur, warum Rosa? Ich kann ja irgendwie, weiß nicht, soll es die Mädels mehr ansprechen als Jungs. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das, ich habe keine Erklärung, ich finde es nur irgendwie merkwürdig. Es ist mir nur aufgefallen. Und, ah, was hier unten steht, klimaneutraler Verlag. Aha, das ist ja spannend. Der Umwelt zuliebe. Hat jetzt Knauer hinten so ein Label, klimaneutraler Verlag. Das muss ich mir doch direkt mal näher anschauen, was es damit auf sich hat. Ja, das zweite Buch kam vom Knauer Verlag und ist verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry und auch wie sich das haptisch anfühlt. Richtig, richtig, richtig schön. Und das soll ein klassischer Liebesroman sein, eine romantische Komödie über Bücher, das Leben und die Liebe. Wir haben hier einen Literaten, der gefeiert ist und wir haben eine Frau, die romantische Bestseller schreibt und ich glaube, irgendwer davon hat ein absolutes, hat eine Schreibblockade und beide treffen sich dann und wollen den Sommer zusammen verbringen, um eine romantische Komödie zu schreiben und sie soll die nächstgrößeren literarischen Roman verfassen. Also sie drehen im Grunde ihre Rollen und jeder wird ein Buch beenden und niemand wird sich verlieben. So ist zumindest der Plan. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem, wenn es eine romantische Komödie ist, dass es dann doch ein bisschen Liebe gibt. Ich finde das eine total coole Vorstellung, dass wir hier einen etwas ernstzunehmenderen Autorin haben, der sich in einem Genre versuchen möchte, das nicht seine Stärken hat und auch umgekehrt, wie vielleicht tatsächlich jemanden haben, der ein bisschen lockerer, flockerere Romane schreibt und die dann eben sagt, jetzt versuche ich mich mal an was Ernsten. Also finde ich total spannend. Hat man ja eher selten, dass Autoren so in den Genres hin und her switchen. Gibt es durchaus. Finde ich auch ganz spannend. Also Stephen King ist für mich immer das klassische Beispiel. Er kann ja vom Krimi über einen Thriller, über Horror, über Science Fiction gefühlt in diesen Genres alles, was ich echt toll finde. Ob mir jetzt ein Liebes, also er konnte ja auch ein Kinderbuch, wenn man an die Augen des Drachen denkt, auch das war richtig toll. Und er kann auch emotional schreiben, wenn wir an The Green Mile denken. Aber wenn Stephen King jetzt eine Liebesgeschichte schreiben würde, gut, also selbst auch im Anschlag ist natürlich so ein bisschen, aber ja, theoretisch, ihr wisst, was ich meine, finde ich mega spannend. Ich finde das sehr interessant, wenn Autoren so aus der Komfortzone herauskommen und sich an was anderem versuchen. Das muss auch nicht immer absolut genial vielleicht tatsächlich sein, aber einfach so dieser Versuch finde ich tatsächlich spannend. Und da bin ich hier einfach sehr neugierig und freue mich auch sehr aufs Geschichte entdecken und was dann diese Geschichte so ein bisschen bereithält. Und zum Thema klimaneutraler Verlag, da werde ich mich auf jeden Fall mal belesen, was es damit auf sich hat. Und das waren sie jetzt an und wüsig, die 17 kompletten Neuzugänge. Dann hatte ich aber ein ganz, ganz tolles Paket erreicht, das ich auch auf Instagram mit euch geteilt habe. Neben Büchern findet ihr auch meinen Instagram-Account natürlich unten in der Infobox. Und zwar kam von mir Mira Valentin Nordblutwölfe wie wir in echter Form als Taschenbuch. Ich hatte mir das schon als E-Book geholt, als es herausgekommen ist und ich hatte mit Mira Valentin eigentlich besprochen, dass wir uns auf der Leipziger Buchmesse treffen, dass wir einen Kaffee trinken gehen und dass sie mir dann eben das Taschenbuch in die Hand drückt und natürlich auch signiert, was es jetzt dann glaube ich auch ist. Ja, von der lieben Mira ist es signiert worden und ja, dann hat sie es mir aber tatsächlich ganz liebenswerterweise im Nachgang noch per Post geschickt und das hat mich natürlich mega gefreut, weil auf die Geschichte bin ich so heiß. Ich bin zur Zeit so im Fantasy-Fieber, also egal, ob es Eric Kellen zusammen mit Mira Valentin ist, ob es die Hexersaga ist, ich bin da gerade sehr im Leseflow. Ich möchte es nicht zu sehr mischen, das ist eigentlich jetzt eher so das Problem, weil ich es einfach schwierig finde, wenn man parallel sehr viele gleiche Geschichten oder gleiche Genre-Geschichten aufhat, dass man dann irgendwas vielleicht durcheinander bringt. Also ich möchte jede Geschichte auch schätzen und ja, da einfach in diese spezielle Welt eintauchen. Wir sind hier, ich glaube tatsächlich bei den Wikingern unterwegs, die sich ja selbst nicht so nennen, wenn ich mich daran erinnere und wir sind hier im Island im Jahr 1982. Das ist echt irre, wie weit wir zurückgegangen sind und es gibt wohl sehr viele Charaktere, die man aus der Mythologie des Nordischen kennt und ich freue mich definitiv sehr. Es sind hier auch Futak drin, drin, also das Wikinger ABC finde ich total mega. Ich bin total neugierig und es ist glaube ich auch der Auftakt einer Reihe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher, ob das, ja, aber ein wunderschönes Cover, das kann man auch ganz klar sagen, ist wieder von Alexander Kopinski. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Mit dessen Covern ich nicht immer ganz glücklich bin, weil ich sie sehr oft viel zu überladen finde, aber tatsächlich jetzt bei der Reihe von Eric Hellen und Mira Valentin der Lichtbringersage absolut gelungen und mir gefällt tatsächlich auch Nordblut super gut und auch dieses Dark Fantasy Buch von Lilly, Nachname vergessen, Wildfire, auch das Cover finde ich absolut gelungen. Also, ja, manchmal erkennt man den Stil eines Covergestalters durchaus. In dem Fall finde ich es schön, wenn er sich ein bisschen zurückhält, dann finde ich die richtig gelungen und ich finde das Cover einfach mega. Also, ja, großes, großes Coverkino und ich freue mich auch sehr, sehr auf die Geschichte. Das echte Buch landet sozusagen jetzt nicht auf dem Sub, weil ja noch das E-Book auf dem Sub liegt und ich die Bücher immer nur in einer Variante auf den Sub lege. Das ist halt meine Logik. So, viel gequasselt, 17 beziehungsweise 18 Bücher vorgestellt. Ich hoffe jetzt auch nichts vergessen zu haben. Das Einzige, was mich tatsächlich an der Masse an Büchern stört, 17 ist schon eine Masse, wie ich finde, ist tatsächlich, dass es so viele echte Bücher sind und ich tatsächlich vielleicht ja wieder ein bisschen mehr darauf achten sollte, dass wenn dann doch mal so eine gebrauchte Bestellung, gebraucht Buchbestellung bei mir einzieht, dass dann ja vielleicht tatsächlich die anderen Bücher entweder später kommen oder einfach als E-Book bei mir einziehen. Obwohl ich natürlich mega dankbar bin, auch für die Rezensionsexemplare, die bei mir einziehen und die als echtes Format. Das macht mich einfach nach wie vor immer sehr froh und happy. Aber ich, für mich möchte es halt ein bisschen ausgeglichener und ich werde jetzt im April und auch im Mai so ein bisschen Auge drauf haben, dass die Bücher dann eher doch ein bisschen digitaler vielleicht bei mir einziehen, in der Hoffnung, dass mein neuer Tolino da wäre auch ganz bald bei mir einzieht. Ja, vielleicht ist er ja heute, wenn das Video online geht, auch schon da. Ja, könnt ihr gerne mal auf Instagram schauen. Ich glaube, der Freudenschrei wird dann groß. Noch funktioniert der aktuelle Tolino ja noch, noch genug Akku da, aber ja, danach ist vorbei. Wer jetzt gar nicht weiß, um was es geht, mein Tolino ist kaputt gegangen. Ja, da erzähle ich, denke ich, in der Bücherwoche ein bisschen mehr dazu. So, das war es jetzt aber tatsächlich 17 Bücher. Ich freue mich auf all die, die ich noch nicht gelesen habe und bin sehr gespannt, ob vielleicht eins der Bücher auch bei euch eingezogen ist oder ob ihr eins der Bücher schon kennt. Lasst es mich gerne wissen, auch gerne bei den, ja, gebrauchten Büchern, ob euch da was anspricht oder ob ihr da vielleicht auch schon zu einem der Bücher gegriffen habt. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Unten in den Kommentaren, auch wie ihr es so haltet, mit echten Printbüchern und digitalen, egal ob als E-Book oder als Hörbuch, das würde mich auch mal interessieren, ob ihr da einen Ausgleich versucht, ob ihr irgendwas komplett favorisiert. Könnte man theoretisch vielleicht sogar mal ein Video draus machen. Lasst mich das gerne mal wissen. Lasst uns da ein bisschen in den Dialog kommen, in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen. Infos auch unten in der Infobox und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.